Mit den Schnellschlussventilen sowie den Verteilerblöcken des Typs KSV lässt sich der Gasdurchfluss in Flüssiggasanlagen einfach und sicher öffnen oder schließen. Bis zu vier Verbrauchsgeräte wie Gasheizung oder Gaskochfeld lassen sich damit über eine Leitung ansteuern. Ventile des Typs KSV finden in erster Linie Verwendung in Freizeitfahrzeugen wie Wohnmobil, Wohnwagen oder Kastenwagen, aber auch in Flüssiggasanlagen auf Booten und Schiffen. Bei den Verteilerblöcken haben Anwender die Wahlmöglichkeit zwischen zwei, drei oder vier Abgängen. Neben der Standardausführung gibt es jeweils eine kurze Version, die besonders bei beengten Einbausituationen vorteilhaft ist. Dank der mitgelieferten Clips lassen sich die Abgänge zu Verbrauchsgeräten wie Heizung oder Gaskochfeld individuell und flexibel belegen. Die farbliche Kennzeichnung mit Rot oder Grün macht es für den Anwender einfach zu erkennen, ob die Gaszufuhr offen oder geschlossen ist. Zwischen offen und geschlossenen Stellung lässt sich leicht wechseln, aufgrund des ergonomischen Kipphebels.